Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Shin Megami Tensei 5. Ja, beim letzten Mal hatten wir hier so eine kleine Krisensitzung. Weil wahrscheinlich der nächste Krieg ansteht. Jetzt heißt es aber erstmal nach Hause gehen. Wir haben einen langen Kampf hinter uns. Im Schloss des Dämonenkönigs. Ihr habt davon sehr, sehr wenig gesehen. Aber Leute, ich will nochmal erwähnen, bevor ich jetzt hier A drücke. Das Labyrinth, was ich da gemacht hatte, das war kaum interessant. Ich bin da wirklich fast weg nur Treppen hochgelaufen, beziehungsweise runter. Da waren kaum Kämpfe, nix. Das hat sich einfach unheimlich gezogen. Ich habe hier nichts gegen Labyrinth-Level. Absolut nix. Aber wenn da 30, 40 Minuten in diesem Labyrinth einfach gefühlt nix passiert. Wirklich überhaupt nix. Dann macht mir das einfach keinen Spaß. Versteht ihr? Und wenn ich keinen Spaß habe, also genervt vor der Kamera sitze, dann ist das für euch ja auch nicht interessant. Außer ihr wollt mich wirklich einmal komplett hier so genervt sehen, wo ich mich fast erschießen will. Das Labyrinth, das war bisher der langweiligste Teil dieses Spiels. Deswegen habe ich da aus drei Parts einen gemacht. Ich hatte da über eine Stunde in diesem Labyrinth gehangen. Und das nicht, weil es schwer war, sondern einfach nur, weil sich das so lange gezogen hat. Ich habe jetzt aber auch nichts Wichtiges für das Story rausgeschnitten. Beispielsweise dieses Gespräch, was wir mit Danse hatten oder diesen einen Mini-Boss. Das habe ich dringen gelassen. Und auch so manche Punkte habe ich dringen gelassen. Aber wie gesagt, ich war da fast nur genervt. Und deswegen ist da um die 80% von dem, was da passiert ist in dem Labyrinth, einfach rausgeschnitten worden von mir. Einfach weil es für mich stinklangweilig war. Und folglich, wenn ich mich da langweile, wie sollt ihr euch dann da irgendwie angesprochen für, beziehungsweise Spannung interpretieren können. So, jetzt aber weiter mit der Story. Jetzt habe ich genug gelabert. Das da wollen wir ja verhindern. Ja, wie soll man das nicht bemerken? Ja, wie soll man das nicht bemerken? Ich werde es hier für immer wieder sein. Jetzt ist die Frage, ob Bethel uns helfen will Diesen Schmarrn hier zu überleben Oder ob die sich denken Pustekuchen hat uns nichts anzugehen Interessiert uns nichts Die reden bestimmt auch schon darüber, ne? Ja, die werden zumindest irgendwie drauf hingewiesen Ja, bin bereit für die Konferenz Die Sache beunruhigt mich ein bisschen So Da müssen wir hin, ne? Ich lasse gerade übrigens bewusst den Avatar aus Oh, Abdel Die, die immer so gut gelaunt ist Wir werden wahrscheinlich gegen die kämpfen müssen irgendwann Gut, du bist hier Ich habe nicht so gut gemacht, ohne deine Kraft Du hast mir sehr viel Ehre, Master Abdel Ich kann nur sagen, dass die japanische Branche Ich kann nur sagen, dass die japanische Branche gewinnen und die Bezeln Ich kann nur sagen, dass sie nicht Zeit sind Ich kann schon sagen, dass sie ein Verkauf Ich weiß, dass das eine Verkauf Ja, das bedeutet, dass wir jetzt sind. Bitte, Yuzuru und seine Freundin, wenn sie hier kommen. Sir. Ich bin Konsul, ich bin Bethel, Ägypten. Ich bin froh, dass du mitgebracht hast. Ich spreche für die Grieken. Und ich bin der Nordischen Branche. Ich werde mich in als Lord Shiver's Proxy Was, der Lord of Dance schützt sich aus? Lord Shiver einfach nicht zu sitzen mit dem Rest von euch Jetzt beginnen wir mit diesem Pandemonic-Nonsense und damit es fertig ist Abdiel? Very well, as many of you are sure Sirt, Ishtar, Arioch, each of them were formidable in their own right Yet all lie slain at the feet of Bethel, Japan Henceforth, all forces that marched into the netherworld may retreat and return to their I am unconcerned with the fate of Lucifer's trolls What interests me is the Lord of Chaos himself Word is he took out the creator Tell me what you make of that Clearly that falsehood was designed to lead us astray Do not be deceived Bethel How dim are you? You realize with the creator gone We might as well drop the pretense of an alliance altogether True I see no merit in joining forces any further Lord Shiver has in fact expected this And has already prepared Patience everyone Perhaps it would do us all well to step back and review us Konsu speaks wisely Rather than acting rashly Let us eat This is a good opportunity to discern where each faction stands Go and listen to what each of them Ach, ich muss mit denen reden Die wirken alle nicht besonders gut gelaunt Ich kann auf der Luft laufen In dieser Raum sieht ja mega cool aus, ne? Ich muss gegen die alle noch kämpfen Oder einer bringt sich mindestens gegenseitig um Ich wette die kriegen irgendwie nicht untereinander Ich kann auf der Luft So, ich hab jeden einmal angequasselt. Ach, hier sind auch noch mal drei zum Bequatschen. Hm, Tokio hat gar keine schöne Zeit. So, ich hab jeden bequasselt. Tokio endured the Conception unwittingly. Now, with the Shekinah Glob... We were wrong to place our trust in one God. Only a multitude of divine beings can give the world the proper... Furthermore, it is only right for us, the Amatsukami, to keep our land secure. Yop, klinklogisch. Flieger can never be defeated. But were that even to be true, yes, we must await his glorious return. Until then, we join hands and God... Hear me. Bethel's mission is to sustain this world. God's world. Any objections? Damn right there are. I say you cut the act and admit your God is dead and gone. He speaks true. Besides, Lord Shiva will soon bring this world to its proper end. On whose authority? If any being is to decide this world's fate, it will be me. Not while the condemnation stands, it won't. It is undeniable proof that the Most High still sits upon the throne. Does he? Are we to take it this God of yours deems him a worthy successor to the throne? Forgive me, but is he not the proto-fiend of Bethel? Has your God not chosen him? Very well. If his existence serves as blasphemy, I cannot remain in ignorance. Do it. ich wusste doch ich gegen die kämpfen muss ich habe es doch gerade eben noch gesagt so du machst bestimmt ja schatten nicht um gottes wenn den angriff ich glaube ich nicht abkriegen ich brauche schatten kreaturen black frost und ellis müssen dann idon bleibt natürlich warum brauche ich ja nicht erklären die soll schon mal die schale der hygi am besten vorbereiten deswegen habe ich auch eine schatten technik beim letzten mal bekommen damit ich für diesen kampf gerüstet bin hier diese schändung des landes so schwarz brachenschlag die wird mir so hart in den hintern treten stirb für mich bitte überhaupt nichts ausgelöst ouchen bis so eine miese pute dann machen wir direkt einmal das omegatoki wenn da ich dann mit dem wilden wirbelwind eh hier wesentlich mehr schaden verursachen ne mach ich natürlich den so jetzt kommen die kids so goldene apfel goldene apfel schönes landes ich glaube ich kann die nicht vergiften kann das sein ne bei der ist eigentlich alles stark ich habe einfach nur pech so nach der nächsten heilung die idon macht setze ich sie aber auf die bank au die hat aber hardcore auf mich abgesehen jetzt macht ihr wahrscheinlich diesen komischen lichtangriff der wilde wirbelheap hat gerade eben mehr schaden gemacht komm jetzt vergiftet sie endlich die hat nicht mehr so viel leben goldene apfel ich brauche es gut dass die so viel schaden kriegt ich glaube ich brauche die nicht mehr auswechseln die idon die kann aber einmal so den goldenen apfel machen ne ja einmal goldene apfel ist noch drin tatsächlich okay dann muss ich doch noch nicht auf die ersatzbank das hat wir getan zum glück ist idon ausgewichen sie mich nur aus solch blöden gründen tot sehen will ne so jetzt kommt schon wieder eine sequenz das ist how could i have fallen so this is the power meant for us not bad now bina god was right to be afraid perhaps i too will seek out my old knowledge and so were our ties to bethel severed when we next meet it shall be his adversaries may none be so foolish as to cross me i must inform lord shiver of this new development well i'm done und und ich darf jeden was sei herbe bekämpfen sie können es bei der uns selbst ist in es ist die sie sich zu kino sie sind die man kann folgen kreis Das ist doch ein Lieutenant Carter. Wie für Sie, FDF, finden Sie ein Herbst. Ja gut, ne? Das war doch eine indizente Folge. Wir haben die Götter aggressiv gemacht, die wollen sich jetzt gegenseitig kloppen und wir haben unsere alte Freunde verprügelt. Besser hätte es gar nicht laufen können. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!